Sagt mir einfach welchen Spot du da haben willst und ich werde ihn nicht nehmen. Das ist Zett. Du spielst Zett. Das wäre super witzig wenn jemand Zett bahn würde. Regina wäre immer Zett bahn. Komm schon, das wäre zu witzig wenn das nicht passieren würde. No fools for cure. Das war knapp. Closest Ding du. Aurelion ist direkt in der Nähe von Zett. Warwick ist ziemlich nah dran oder? Welchen Zett Champion soll ich jetzt nehmen? Oh ja Warwick ist super knapp. Warwick also? Ach ne ich hab gewandt. Nein. Ach fuck. Ich würde nur sagen Supporter. Supporter. Äh. Der gilt wirklich als Supporter. Der stand wirklich bei den Supportern drin. Nein. Du kannst nachgucken. Der stand wirklich bei Supportern drin. Riot. Why? Welcher steht auch bei Supporter drin? Malphite? Ja wird im Moment vermutlich mehr Support gespielt. Der gilt als Toplane. Gehe ich sogar von aus. Einfach weil Toplane Malphite im Moment einfach scheiße ist. Ja. 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 Kann mir nicht. Vielleicht schaust du keinen Blitzcrank? Nice joke. Vielleicht schaust du keinen Blitzcrank. Ich hätte deine Mutter keinen Blitzcrank. Ich habe überhaupt keinen Blitzcrank. Meine Mutter spielt keinen League of Diego. Okay, wir werden verlieren. Wieso? Ich habe den falschen Wortskin dabei. Oh, konntest du nur. Jetzt habe ich leider den Astroporo dabei und nicht den Ward of Draven. Oh nein. Nein, Alistar tue es nicht. Oh no. Nein. Oh nein. Psychologic Check Warfare. Wir wissen genau, was das heißt. Komm auf die Laine. Hm? Was? ding 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 remixer von brain power was hast du nicht gesehen 9 3 Ja, let's remember. Okay, bring power, so it seems nice. This will do nicely. Nice, what is nice? I'm going to feed. I named you Crest, you've got to be kidding me, hoping you're satisfied, well played. You mucky haikus. Blitz. Blitz. Blitz! 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 Oh, ist das? Wow, was ist es gut für Evarosa? Absolutely nothing. Turn left. Thanks, Evarosa. What is it good for? Absolutely nothing. Say again. Okay, that's honest. Practicing skin. Triggered man eh die Spell-Fiefs nur einmal? Ja, ich glaube schon. Is it gay? Let's auf jeden Fall jetzt ausprobieren. Hallo, ich bin Timo. Hallo, ich bin nicht mehr Timo. Hallo, ich bin lag. Freue mich, dass du eigentlich in dem Bus stehst, nicht in dem Gegner. Deswegen. Hast du ihn gehört? 1, 2, 3. Nee, es geht. Okay, das ist wieder alt. Riecht komplett durch. Also ich muss nur einmal Auto attacken und dann habe ich mein Spell-Fiefs durch. Cool. Das ist ekelhaft. Das ist nice. Oh, ich kann ja mit Qs, äh, Jin letzten Auto attacken nerven. Ja, das ist richtig eklig, wenn ich es mir mal so überlege. Ich meine, du deniest zwar nicht viel DPS bei ihm, aber wenn du den vierten Auto attackst, aber du deniest, ist das halt kompletter Abfuck für Jin. Obwohl ich das Schlimmste, was ihm passieren kann, einfach, dass der vierte Auto attack ins leere geht. Ich saß auch nicht eigentlich gerade ein Alistar. Eigentlich müsste der mich in die Zone und nicht ich ihn. Ah, jetzt habe ich mein Spell-Fief wieder fertig. Warum greifen die mich an? Weil du den Alistar, äh, weil du dein Ding angegriffen hast. Trotzdem, mein Gott, die dürfen mich nicht angreifen. Der hat echt keinen Spaß, glaube ich. Nee, gegen Timo kann man noch keinen Spaß haben. Das ist eine Grundregel. Unmittelbar. Warum bist du eigentlich so auf Top-Name? Backstreet-Cut, oder sollst du sagen, Siko? Ich, äh, keine Ahnung, weil ich Jorik spielen wollte. Aber warum spielst du ihn so oft? Weil ich Jorik von einem cool finde. Warum spielst du nicht Kindred, Kindred ist besser? Nein. Kindred ist immer besser. Und Kindred ist Laf, Kindred ist Live, und Kindred ist Sex. Ich meine, was kannst du bitte schon an Jorik ficken? Außer die Gude. Die Gude? Jorik würde es auf jeden Fall nicht ficken. Hab ich schon erwähnt, dass ich Zoe-Main wäre? Die Ashen-Main. Sag das so nix mehr. Ja, da werden Wiesland. Ja, wo? Zu mir, oder? So, ich. Fahre ich, oder? Nee. Nee, wenn wir sagen, V-Wengen gankt, meinen wir auf jeden Fall die Hopp. Okay, gut. Ja, du bist halt null Hilfe, ne? Ja. Null. Ich weiß, ich bin auf Timo. Und ich hasse Lee. Aber wer tut das nicht? Lee Mainz. Äh, vermutlich. Das ist aber wie mit Yasuo. Was bringt sie ihn? Der Jim wird die Lane immer noch aus dem Maul kriegen. Das wird sich halt nicht ändern. Nicht wirklich. Ach du Scheiße, äh. Was macht das da hinten? Nein, der hat den bei einer gekriegt. Trotzdem, also was macht der hinten? Wir müssen halt auch nicht wirklich inszene Gangs erwarten mit einer Blitzcrank, China. Na ja, eigentlich schon. Ich meine, Tower Diven mit Blitzcrank. Kann man nicht mehr Tower Diven nennen. Außer, die gehen da flashen. Und von mir sollte man echt nicht flashen. Nee, wir werden dann flashen die Leute auch nicht drauf. Ja. Oh. Oh. Plätzcrank ist useless. Ja, geil. Hm, er hat das aber rastet. Genauso useless wie Timo, äh, Support. Aber das ist ne ganz andere Geschichte. Hier sind wir zu Top-Site und wird wahrscheinlich bald, äh, Bot-Site unterbuchen. Warum stelle ich eigentlich Control-Bots? Ich bin eine unsichtbare. Loll. Warum machst du null Damage? Ich mach Damage. Hast du nicht gesehen? Wenn ich zwei Leute gleichzeitig töten lasse. Außerdem schon vergessen, dass meine Auto-Tags weird sind. Ich guck mal, wo der Kollege ist. Au. Kollege? Bist du? Wettbuff. Okay. Sie ist mit Lane? Also, er war kurz mit Lane? Ja. Er war auf jeden Fall Bot-Site, also. Wo ich nicht so aggressiv bin. Schlechte Gefühl, dass dies hinbekommen wird. Interessante Falle, Gen. Interessante Falle? Ja. Ah, Auto-Tag. Fuck. Oh, die sind es mit denen. Mhm. Ending-Team. Geil. Ja, GG. GG. Und nur ein Auto-Tag. 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 Da war sogar noch ein Queer. Ein Auto-Tag. Und nur ein Auto-Tag. Und nur ein Auto-Tag. Und nur ein Auto-Tag. Entschuldigung, Justus. Oha. Respekt an der Stelle. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich glaube, ich habe eine Auto-Check-Up gebrochen. Okay. Spielen wir noch Full-AP, wa? Soll ich spielen in Full-AP. Wobei, Wild-Lights wäre auch nicht schlecht. Wobei ich ja in Support bin. Erstmal Shul-Gun. Und Damage. Kräuter kann ich mir ja immer noch entscheiden. Äh, Lisa und Stopp. Gank. Und der Gefühl in Auto-Tag. Und dann nochmal die Auto-Tag gehabt. Jetzt habe ich es so gekickt. Also. Warum? Ich frage mich immer noch, warum die Maiden stirbt, wenn ich sterbe. Sie sollte eigentlich weiterleben. Weil sie sonst viel zu OP wäre. Gell. Sie sollte eigentlich weiterleben. Weil ich meine, sonst macht das Push-Net-Lang keinen Sinn. Ich will mir das Ding einfach nicht... Okay, in der Moment. Vor allem, wie soll sie OP sein. Sie macht kein... Die... Sie macht kein Burst-Damage, aber... Sie macht kein Burst-Damage. Und sie hat nur 1500 Leben oder so. Bitch. Warte, wie viel Leben hat die? 700 plus 400 im Moment. Ne, viel zu viel. Das hat weniger Leben als ich. Das hat mehr Leben als ich. Und ich bin Supporter. Lord Wyatt. Lord Wyatt. Lord Wyatt ist sogar schon ein Supporter. Lord Wyatt ist sogar schon ein ADC. Lord Wyatt war sogar Mordekaiser ADC. Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Ich glaube ich baue Lids spielen. manchmal viele autos und auf derzeit noch spelt und da bis jetzt nur zwei pilze gesetzt das ist ein ding jen vor dem habe ich keinen angst letalität fälligkeit auf deutsch immer noch die sind deutscher heil hitler der gute alte tödlichkeitsfaktor x faktor ist offensichtlich schon und das ist immer noch torch ich hab da extra für ein timo kickt für so ein hunsohn nein er kickt für ein kill bei hat wieso alle spieler sind ich habe irgendwie das gefühl es gibt keine leute die champions ausprobieren es gibt noch die leute die super kacke sind als ihren champion noch nie gespielt haben und die leute die einfach nur nichts anderes als ihren champion gespielt haben ja auch verfolgt hätte das nicht früher machen können was sind und ja der blitzkrieg hat dann erst geholt denn nachdem die nachdem der typ mich geknitt hat er will ihm seit den kill haben es völlig egal ob er den kill bekommen hätte oder nicht hauptsache der typ wird dort gewesen kill ist kill außer in der solo queue auch wird mal auf mein champion machen was passiert ich will an deiner stelle ein sony auskaufen relativ schnell ansonsten töten die dich zu schnell just saying na i'm insane und das liegt nicht daran dass ich ein superstation bin das was denn hier alles brownies for downies der schinn hat einen super kloppteck ganz ehrlich das brauchst du dich nicht sneaky dodges nur mal sagen sie ist tot oh mein gott hat sich auch bläht oder auch nicht aber ich sage es einfach mal mal wieder hat sie noch ulti uri ja glaube ich zumindest wenn sie mit längst nicht gut treffen sie hat definitiv ulti ja ja fack auf uri okay dieses flash muss mir jemand erklären na sicherheit und dafür warum habe ich eigentlich immer drei pilze kacke wirst ja ich bin schlechter timo er ließ schon wieder hier fack hier bin ich was willst du von mir ich mache jetzt weg gegangen ist die uri ist halt immer noch hier ich will mal anmerken die sind hat sieben kills ja ich weiß und die sind jetzt über kacke also ja nicht wenn er mich one shotten kann naja solange kein full ad baut werde ich nicht one shotten und guter die sind es kein guter die sind das ist nicht sind der bisher ein diamant und warfammer gekauft hat was meinst du was der bad titanik halt war sicher und bojas wovon träumst du eigentlich nachts deathstands deathstands ist meine Lieblingshaltung ich dachte du träumst von kindred nee letztens hatte ich 6.2 im traum was echt ein spaßig war als ich aufgestorben bin ich habe leider kein mana für ulti leider auch und du wirst getrunken trotzdem auch weil ich leide mit dir bruder nein den dicken nehme ich noch mit au ok du bist tot dann bin ich dich denn ich bin teemo jerk easy be back asap so jetzt können wir den nämlich auch ficken wenn ich statics habe mach ich mehr schaden als der hier ist immer noch nicht genug gold reger ammo boots jawoll beämlich was das pushen von turrets angeht habe ich was vom turm pushen gehört nee ok genie ah wisst ihr wenn die bot lane spaß macht dann ist hunger das falsch oder ist allen cancer meter der tipp immer mit seinen pinkwurz wegen deinen filzen das ist irgendwie super 3 gold war noch nicht mal meiner hallo boots mob ihn instant flash ey es reicht mir es reicht mir ehrlich gesagt ich meine come on mein ulti hat eine halbe minuten cooldown sein flash 5 außerdem ist er jetzt trotzdem tot ja sag ich ja alles full gold meint hm ich glaube ich werde timo main klappt ihr wohl sein ich möchte übrigens anmerken nur so nebenbei ne normal aber ich habe schon licht spielen cool nach licht spielen geht man und rabert uns ne naja ne ne eigentlich kaufe ich mal ludens als erstes aber aber what die action das stimmt ludens auch eigentlich aber wie gesagt ich würde an der stelle echt mal sonys kaufen bevor du den kaufst oder einfach dann verreckst du nicht instant und nicht instant verrecken sagt wenn du mehr cancer sein kannst ich muss das machen ich muss das machen von meinem anstieg ah ah damage oder cancer sein das ist das ist echt gut das du mich in so eine schwierige situation bringst lustvoll oder cancer sein wenn der den die die kuh grabt krieg ich nen anfall ne er grabt nen minion ja hab ich gesehen und ult ok ich bin tot hallo weißt du wer der selbst an der stelle auf die ori gesprungen hätten die ihre combo nicht machen können die ori hätte zurück gehen müssen ja psychisch hatte der komplett useless ja schön oh man alles alles ist delayed das ist so schlimm der ist nicht der super hässliche oriana skin ja ich find den gar nicht so hässlich nein schaff ihn du seid der hässlichste von allem weil gibts noch nen hässlichere äh nein gothic ist hässlich gothic hab ich eigentlich noch nie gesehen verstehst du ich weiß warum du ihn benutzt oh fuck off ja von denen die man sieht ist auf jeden fall er ist nicht so meine meine ne ja nö ich hab ich hab den ich finde den nicht so kacke oh ja meinst du bist gelaufen oh ja meinst du bist gelaufen oh aha nacki den hüftli wie weit wollt ihr pushen äh bis bis dota 2 bis den arsch der gegner und noch weiter also 얘 putsch die zwei oder ne ne wir haben keine mission wir können nicht weiter pushen ah ich sollte besser patsch passieren filz ist ein patsch nö 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 li ist selber Oh RAND mu nicht a mu nicht nur k2 k2 sterben und kebeck mein leben slow eben die scheiße aus dem kopf als ob mich das noch getroffen hat was hat die gebracht jetzt auch nichts gemacht okay du bist tot nein ich hab ich habe xos nichts gemacht und bin ich erst wenn obama wieder weiß wird obama don't care was du dir kommt ich achte und ließ uns weil ich jetzt nur hatten Lieder mich da hätten können ich kann mal ne doch bis hier ich kann aber ich kann mal ich kann mal die muss hier und tritt um dich zu finden ich hab da schon wieder flash er hat cheatet ok ori kommt leute leute 5 mann gank weg hier weg hier ok das war komm mit maiden maiden wieder gins flash maiden 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 ok meine maiden will sterben eh was brauchst du ich bin schnell auf der lane deine maiden ist auf blitzkrieg so counter jungle full ad blitzcrank mittelfeld hier live leute x2 ok was mir hier gehört hey warum liegt ein pilz habe ich alzheimer yes yes i have einer verdammt ist aber meiner war fuck you okay das war jacks flash wie schafft ihr das eigentlich jedes mal das einzige minion was da ist zu kremen hau dass sie durch ist der magia das ist bei dem falsch können wir nicht eigentlich lieber ein ding machen oder so irgendwas ich hoffe irgendetwas aber mein team nicht ja das kenne ich es ist also dass der entgegen top lane anstatt mitte zu bleiben wo er klären kann ich hoffe mein pilz bewirkt irgendetwas nein der wird sofort klärt ich glaube wir wollen jetzt train machen machen das gewollt hallo und noch und noch und noch und noch und noch pussi ich kann sie sagen prussi wie schafft das andauert was sie immer so gut aus zu sprechen ist ein richtiger man man hört ein r aber er spricht kein r pussi du brauchst was für ein kopf du musst das wie peter du musst das wie pfeffi frank machen du brauchst was für ein kopf du musst das wie peter du musst das wie schaffst du das geht und die schaffst du nicht so gut aus das ist die schaffst du nicht die schaffst du nicht die schaffst du nicht die schaffst du nicht weil ich den pilz eingesetzt habe ich meine dass die muss das eigentlich scheißegal aber dass du stirbst ist etwas wichtiger ist die team uns einfach murky aus hotz bloß gibt der normale erfahrung nur ein drittel der normalen erfahrung wenn man ihn tötet okay ist einfach eingeplant dass man stirbt und hat 0 die macht ein damage und er hat einen kugelfisch auf dem boden springt immer mit der ulti ins gesicht stanz den für drei sekunden was dabei dreimal einen schaden dann explodiert kugelfisch und der gegner ist direkt tot okay das klingt geil das klingt geil ich will spielen auch wenn ich was eigentlich nicht spielen wir müssen unbedingt mal hotz spielen ganz ehrlich hotz ist einfach merkwürdig hotz ist wirklich merkwürdig ich habe aufgehört hat zu spielen als er angefangen hat bei mir zu lenken die typen auf den full tank ich bin's cancer ich habe mein schumpf mein pilz level 2 gut wie so genau hat er dort der jacks eigentlich der jacks hat was geraucht oder er guckt auf unser team sieht vier ad champions und dort spektors cover denkst du nicht hat habe ich es reicht mein bein mein pilz eingelaufen in zwei von drei pilzen eingelaufen dieser idiot leidermachen kann ich mehr die fliege die fliegen erstmal kilometer weit das ist super die fliege so geil wie die einfach kilometer fliegen wenn man die leute abgeworfen hat nein nein haffitt ich ja stund mir fucker komm an stund mir hat ja manchmal fühle ich mich echt wie eine frau wenn ich so umschreie aber nur ein haben wir tatsächlich gewonnen obwohl obwohl ich nichts gemacht habe die muss der scheiße warum ist seine q range so riesig what the fuck ich meine seine q range ist so groß wie meine auto attack range wieso lebe ich noch wieso lebe ich noch wieso lebe ich noch weil ich nur erst wurdest weil die einfach tryhard auf mich gegangen sind daran drei leute verreckt sind gerade siehst du doch drei leute sind da gerade gestorben weil die versucht haben mich zu töten hat echt gut funktioniert die idioten wirklich macht weiter so wirklich keep going ich bin ich bin wieso ich bin ich bin ich bin was macht ein pinkwort bei uns im jungle warum warum nimmt oh mein gott nicht op meint ich das sind als ob es op wäre nun so ein bastard jax adaptive film er hat adaptive film gebaut wegen dir wie geil wie geil jax hat einfach adaptive film nur wegen mir gebaut nein weg da weg da das springt mir wieder auf das war dann ich habe sonja und ich will nur anmerken ich benutze nie sonja ich finde sonja ist was im gefühl kacken kopf block kopf block Wie weit willst du noch laufen? Was heißt, wie weit will ich noch laufen? Die kann mir grad nichts, also... Ja, noch was sie über mich wollt. Oh ja, Botlane-Farm, geil. Erstmal gönnt. Du gehst top. Ich geh top, ja. Wollte ich ja grad sagen. Botlane gehört mir. Geh weg. Du hast keinen Farm verdient, du bist shitmao. Der Maul. Okay, jetzt muss ich ja nicht schauen. Bei Ghoulow. Nation Maiden, und ich kann ja verdienen die machen. Surprise. Surprise, motherfucker. Halt. I'm pressing Natimo. You take my jungle, I take yours. Fanget. I have no jungle. I'm a support. I'm a fucking trap. Nice trap, bitch. So. Ich leck mich alle mal am Arsch. Leck. Ich leck. Weil Sijo dabei ist. Das ist lustig. Schämst du dich eigentlich für gar nichts und du den Mund aufmachst? Nein, ich spiel Timo. Ich kann mich spiel nicht schäm. Oh mein Gott, er hat's getan. Ah. Unlucky. Der wäre ja gerade beinahe reingeflasht. Ah, du bist tot. Oh, ich hab ihn. Alistair nicht gesehen. Hab ich gesehen. Warum macht Alistair mir jetzt 200 damage mit einer V? Als Tank. Was? Hallo. Meine Maiden ist jetzt gestorben. Ich wollte gerade sagen, wie lange überlebt die noch? Zu lange. Easy. Ghule. Onward. Wenn ich da so nah rumrenne, kann ich auch hingehen, sie einfach beide töten. Was heißt, hier ist Foilt bei Berührung. Wir haben beide Jänen. Ich weiß genau, wer von uns beiden zuerst verraten wird. Blitzcrank. Da ist Farmen. Kills sind mir egal. Ich will Farmen. Fuckin' AACs. Für EDCs gibt es nur Minions und größere Minions. Du meinst Champions. Die größere Minions kommen erst in den Late-Game. Das ist halt ein bisschen einluckig. Ich möchte anmerken, dass der Killscrank einfach schon wieder den Red Buff nimmt. Warum zur Hölle? Warum zur Hölle? I'm placing a Timo. Ich werde einfach so lange warten, bis hier einer in meinen Pilz einläuft. Ja, okay. Ähm, ich werde da ganz schnell MinCamin zu machen. Ja, die haben alte Fälle. Du bist ziemlich tot. Und tschüss. Ich kann vergessen, dass Leder drüber sprengen kann. Ja. Ich finde übrigens schön, dass unser Blitzcrank die Kacke genommen hat. Hey, Hori. Was geht? Komm mit. Ja. Ja. Und macht nichts weiteres, weil er exhausted wurde. Ja. Dafür wird erstmal gepinkt. Ich finde es einfach unglaublich, dass der das erlebt hat noch. Oh mein Gott, Lacka. Was? Hat er nicht gemacht. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Okay. Und das war fucking impressive. Okay. Easy. Bip. Aber die einzigen, die jetzt in Baronwaffe haben, seid jetzt nur ihr drei, oder? Oh ja. Nee, ich hab keinen BUFF. Du hast keinen BUFF? Nee, ich bin leider in Tracer Trier erlebt. Ach stimmt. Nee, warte. Haben nur zwei den BUFF. Es reicht schon, wenn ich den hab. Wir brauchen den Lust zum pushen, also. Ja. Ich komm mit. Geht top lane. Geht top lane. Ach stimmt. Stimmt. BUFF. Und äääh. Ich hab noch den BUFF. Jetzt ist der BUFF. Lill. True words. Lalalalalalalala. Lalalalalalalalalala. Nein. Du nimmst red buff, ich nehme blue buff. Entschuldigung, wie er mich irgendwie pingt, einfach das ganze Camp-Smile, das ist bei der Motto, ey. Siehste? Das ist, das, das ist gerade erbärmlich da unten. Das ist einfach nur. Das ist Timo. Als wäre der Typ nicht schon useless genug, ne? Timo macht echt keinen Spaß mehr. Oha, hat er nicht gemacht. Leute, kommt auf mich zu. Ja. Ja. Ja, die ist wichtiger. Kontakt, der ADC funktioniert nicht, wenn ihr dann Idioten da dem hinterher chased. Warum macht sie das? Ah! Das Rennen halt immer noch. Der ist da unten. Der ist da unten im Busch, ne? Der ist genau da. Unmöglich. Okay, jetzt ist er weg. Good Job. Ich hab den Job geachtet. Nee, der, der ist rumgelaufen. Rift. Die sterben jetzt auch noch. Yay. Use this. Ich gebe es. Wo ich auch noch sterbe. Ähm, ist Hotz noch auf der, ist, äh, ist Hotz noch bei dir drauf, Tim? Nee. Wenn etwas so lecktes, äh, das nicht mehr spielen kann, den zähle ich sofort. Warum Leak Hotz? Warte, warum Leak Hotz? Warte, warum Leak Hotz? Ich hab's damals auf meinem Laptop gespielt und mein Laptop war richtig scheiße. Also ich konnte damit, äh, League of Legends gerade noch so auf 60 FPS spielen. League of Legends, ja. Und da hat, und da hat's, und da hat's, aber Hotz nicht. Was? Was? Leak ist besser optimiert als Hotz, das kann ich dir sagen. Leak ist insane gut optimiert. Hm. Weißt du, ich glaub, Leoric würde dir zum Beispiel auch gefallen. Der heilt sich einfach bei jeder Möglichkeit, die es gibt. Na, der macht nichts anderes als heilen. Ja, das ist das Witzige daran. Weißt du noch den Fight, die wir hatten, wo ich allein in fünf Leuten drin stand und ich hab mich einfach die ganze Zeit hochgeheilt? Also, so gesehen waren wir zwei, aber, äh, Tobi hat einen Champ gespielt. Der ist nicht da. Der ist direkt prockt hinten in der Base und setzt sich einfach auf alles drauf, wo er grad denkt hat, wo er grad nützlich sein kann. Ja, und der hat eine Fähigkeit, die mich heilt für jeden Champion, der getroffen wurde. Ah, das war so dumm. Und der eine, der eine Gegner konnte Klone von sich machen, die auch als Champion gelten. Boah. Und der healer einfach, der hatte über die Hälfte, ich hab, ich hab immer über die Hälfte von meinem Leben gehealt. Ich konnte mich selber healen. Mein, äh, meine erste, also zwei Fähigkeiten haben mich gehealt, meine Ulti hat mich gehealt. Alles in diesem Kack, äh, äh, alles bei diesem Kackhelden heilt einer einfach. Du bist zum, und wenn man Solo fightet, bist du einfach nicht tot zu kriegen. Und das klingt unbalanced da als League of Legends. Das Spiel ist alle unbalanced, weil ich mein, es gibt, ja, es gibt den Butcher, da kann Leute einfach one-shotten, obwohl das sind Bruiser, äh, es ist zwar ein Bruiser. Der Typ hat 4.000 Leben, rennt, drückt, point, klick auf dich drauf, rennt auf dich zu und one-shotet dich. Er kommt bei dir an, bumm, du bist tot. Irgendwie Nasus. Und du kannst dich dabei nicht abbrechen. Nein, das dumme ist aber dabei, äh, es ist halt, er, 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 er muss ja nicht mal irgendwas, es gibt keinen Skillshop bei ihm. Irgendwie Nasus. Außer vielleicht, äh, außer vielleicht deine Q-Award, das kannst du nicht Skillshop nennen, so schnell wie du das hast. Psycho, nimm du den Farm, du brauchst den, ich bin schon Full-Build. LOL. Ich bin schon lange Full-Build, hallo. Ich hab 330 Farm. Ich farm ja wenigstens. Ja, ich bin Supporter, ich darf nicht farm. Und trotzdem hab ich spielen 40. Er hat grad, er hat grad zwei AFKs, ne? Nice. Oh, nice, alter. LAN-Party. Also, surrender? Fragezeichen. Hallo. Ich pack jetzt einfach mal die Maiden denn und guck, was die so macht. Ja, die müssen halt irgendwann Jacks abstellen. Was gut ist, weil Jacks geht mir hart auf den Sack. Und wenn sie's gecheckt haben, dann machen sie's jetzt schon. Ja, die kommen jetzt schon. Röndern nicht hoch, bitte. Trappen. Alter, wenn wir das so dritt schaffen irgendwie, wie auch immer es funktionieren soll. Das wär dir auch gar kein Fall, zu dritt schaffen. Schaffen wir nicht zu dritt. Aber stellt euch mal vor, wie es aussehen würde. Alter. Es wird peinlich. Es würde peinlich aussehen. Gegen Yorick verlieren. Gegen Timo. Oh. Sofort. Ein Yorick Toplane. Und eine Ash ADC. Ash ADC ist meta. Ich weiß, Ash ADC ist meta, aber gegen Yorick zu... Aber Ash ADC ist nicht meta. Also zumindest Ash moment nicht meta. Aber gegen Timo sofort. Die Gegner machen halt wieder Baron, ne? Mhm. Unsere Team ist halt AFK. Ja, ne, da kann man nichts machen. Ja, wir haben den Beide sogar gleichzeitig gequittet, das heißt. Ja. Sind, waren die nicht im selben Teil Dings da? Ne, waren sie nicht. Nein. Wir machen bestimmt eine Ladenparty. Die Wichser. Ja, kriegen die trotzdem zu den Ports. Kann doch nicht sein. Pils scheiße. Cochagule. Cochagule. Schnapp Dajin. Nooo. Alter, komm her. Trau dich und komm her. Ich war's nicht so fertig. Ich hab ja gehofft, dass mein Pils etwas Damage machen würde, aber... Ja, dodge. Oh, fühlt sich der Damage von anderen Timos immer so hart an, aber wenn ich Timo spiele, fühlt zu an, als würde ich den Kinder streicheln. Weil du den Champion spielst. Achso. Weil du einfach kacke bist. Ne, ich bin, ich bin der beste Spieler der Welt. Ne, ich hab SKT geschlagen. Alleine. Warum geht die Maiden alleine los, wenn ich sie mit den Dingen auf die Lane hole? Au. Schöne Item, äh, das Lee-Item-Bild tut in den Augen, wer ist das? Auch. Wieso hat mich das geroutet? Nobody Knows. Ah. Und es macht viel Damage. 88 Damage. Cool. No. 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 Yes. Oh. Das war ein bisschen Damage. Oh. Oh. Ich hab mich grad Tod-Base gecheckt. Ah. Das haben die Gegner nicht verdient gewonnen. Nee. Warum Jhin nicht? Jhin war übel Scheiße. Jhin hat das ganze Game über Useless. Wow, ich kann zwei teammates honoren, das haben wir noch nicht gewonnen. Fühlt sich einfach an wie Twisted Treelane. Ich kann mich nicht entscheiden. So was krieg ich dann A plus, genau. 40.000 damage stellt. A plus. Ich wollte gerade bei Z schreiben, LAN party with Z, aber... Man merkt schon, dein Hirn ist einfach nicht existent. Nee. Okay. Ja. 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 Ja.